Wenn man das Paket für 5 Euro holt, spart man einen Cent. Loll. Äh, Steven? Ja? Es hat sich jetzt falsch angehört mit dem einen Cent. So richtig so, ich brauch den einen Cent. Ja, ein Battlefield installiert und braucht noch 3, 5 Stunden, was weiß ich. Hä? Welch Games hast du dir jetzt geholt? Bist du jetzt nur Battlefield? Okay, dann spielen wir heute Abend mit Tobi Battlefield. Das kann noch ein bisschen dauern, bis es installiert hat. Egal. Ey, machen wir dann 2 vs 2? Ja, später. Okay. Ja, ich bin auch wieder da. Das war einster Digger. Aua. Ich wollte mich nach hinten legen mit meinem Stuhl. Naja. So. Aber ich mach 4 Sekunden, damit ich... Ja, aber wie keiner checkt, dass ich die ganze Zeit Leaks von meinen neuen Hauptstream-Partner geb, ne? Nö. Ey, Steven, greif mich doch mal an. Ja, ich hab den nächsten neuen Hauptstream-Partner. Achso, ich dachte... Warte mal, ich dachte, Nico greift schon. Nein, du krass mich an. Ich schreibe Nico an. Achso. Äh... Du, wenn du auf Chat drückst, dann unten auf Herausröderung. Oder... Es ist immer schwer, mich zu fehlen. Also, wenn ich mir vorstelle... Ich kann ja mal vorlesen. Ich geh noch mal schnell auf YouTube, auf ne Extraseite. Ich hab gerade dreimal YouTube-Offer. Weil da einfach... Womit soll ich dich angreifen, Marvin? Nur Mauerbrecher. Äh, 15 Mauerbrecher, zwei Riesen und... Da findest du erst mal 1.154 am Ende. Du findest mich erst ewig weit unten. Achso. Ist noch ein Mensch mit 17 Mauerbrechern gekommen? Ist egal. Dann kannst du... Okay. Ja, dann mach mal 100. Warte, soll ich mal nur Mauerbrecher machen? Ja, mach mal. Mal gucken, wie das dann aussieht gleich. Also, ich komm mit 112 Mauerbrecher, die ich alle nochmal verdoppel. Das wird ein Angriff. Oder noch unsichtbar machen, Digga. Warte mal, ich kann die... Ich bin gerade zu dumm, um alle zu setzen. Ich find das jetzt sehr unsympathisch, dass der das nicht anmacht. Das wär nicht bereit machen. Das, das find ich sehr unsympathisch. Und irgendwie, wie wenig HP meine, äh, Angreifdinger da noch haben, meine, äh, Verteidigungsbeschützer. Hallo. 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 Ich bin live. Das war's für mit seinem Account. Das war's für dich. Ich bin live. Nein. Ich mach die Party-Audio wieder aus. Ey. Hallo. Nein. Mann. Belastend. Ich mach die Party-Audio wieder aus. Mann. Ja. Nee. Dann bin ich weg. Das ist mein normaler Weg. Ich kann die Party-Audio wieder aus. Und jetzt kostet sie bisschen mehr. Und in Golden-Audio. Ich hab die Party-Audio wieder aus. Die Party-Audio wieder aus. Das kostet noch genauso viel. Ja. Ja. Na, ich bin nicht wohl. Das kostet noch länger. Na, dass ist halt länger. Ich weiß nicht, aber eher, eher. Na. Nee. Na, nicht noch. Ich muss jetzt erst. Er hat endlich bereit gemacht, ja, endlich, aber ich empfehle euch beim, also wenn ich den neuen Hauptstream-Partner vorstelle, würde ich euch empfehlen, sich mal Twitch runterzuladen. Ich glaube, die Frage ist, selbst erklären, was du mir gestellt hast. Steven, guck mal ne beim Chat. Nein, Roblox spielt man auch nicht. Steven, deswegen soll ich dir beim Chat schauen. Also Roblox spielt man einfach nicht. Äh, ne. Nico ist Mond, ja. Computer sagt, nein. Ja, was ist los, Steven? 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 Mit Blumen meinst du? Klar, er vergisst den Namen von seinem eigenen Account. Und? Ja, ich bin, ich bin Jason. Wie? Der wurde gelöscht. Nein. 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 Da haben wir den Mixer den Account gesperrt und gesperrt. Also gibst du jetzt offiziell zu, dass du das warst. Ey, nein, mein Controller packt. Nein. Marvin, jetzt weißt du, was ich meine. Nein. So. Ganz kurz Controller gewechselt. Die sind bei mir absolut in der Nähe. Also Steven, du gibst das hier jetzt offiziell zu. Du bist Blume. Ja. Ich war sogar wirklich froh. Alter, ich bin, ich bin bei 89. Ich bin bei 80. Ahhhh, warum? Wir sind bei 80. Wir sind bei 80. Aber bitte, wir sind bei 80. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 mein aim mein aim Nico, wir haben eine challenge ey, Mann, Steven nein, du fliegst durch Schöne Fensterkills Was? Schöne Fensterkills 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 Wie ist ein Sturmgewehr? Schöne Fensterkills Schöne Fensterkills Schöne Fensterkills Schöne Fensterkills Ich bin zu scheiße mit Chasen Schöne Fensterkills Schöne Fensterkills Schöne Fensterkills Schöne Fensterkills So, denne Das machen wir jetzt mal so Durchgehauen Das ist mein Schöne Fensterkills Das ist mein Schöne Fensterkills Das ist mein Schöne Fensterkill Jesus Niko, warum schreibst du mir Ladebildschirm rein? Ah, hier steht er mit der Axt, dann nimmt er mit dem Baseballschläger. Ah, haha! Ah, hier steht er mit dem Baseballschläger und Zeichan. Oh, hier stehen sie scheiße. Oh, hier steht er mit der Kamerabe und der Maaire. Oh, äh, guck mal auf dem Checker bei mir. Sexy. Ja. 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 Ah, Tommy Jarvis. Da kommt ihr nicht raus. Hey, nein, meine Maske ist runter. Meine Maske. Ey, er hat ein Flutschi-Messer. Jetzt bist du tot. Tot! Nein. Nein. Das ist mein Junge. Halt sie runter und mach sie bezahlen. Äh, hallo, you are at the bar, in the bush. Da, ganz schnell zum Baum, ganz schnell zum Baum. Oh. Egal. Ich töte irgendwie alle gerade gleich. Das finde ich langweilig. Das ist mein Jason. Das ist mein spezieller Spieler. Alteiler. Special for it. Mhm. Der ist viel zäger. Da bin ich sicher. Der letzte ist hier drin. Ich gehe einfach durch. Hi! Hi! Du kommst hier nicht raus! Ja, es kann nur sein, dass ich den letzten eingesperrt habe. Ey, ihr habt schon wieder ein Flutschi-Messer! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt ist er tot Es ist mir egal, ich bring ihn einfach safe Gleichung wie die anderen alle Alter Anstrengende Runde Alter So, es war's Ja, okay So, es war's